also ich habe es schon mal gehört aber gesehen jetzt nicht ich habe das letztens so bei maxtum habe ich das gesehen habe ich mir gedacht so auch sehr cool musst du dir jetzt doch erst mal nicht alle staffeln gucken also staffeln kaufen meine ich praktisch ich bin jetzt so ich kaufe mir zum beispiel nicht staffeln von jeder serie die ich nur einmal gut finde also die das muss für mich so eine serie sein wo ich echt sage ja die könnte ich mir wirklich oft angucken sonst lohnt sich das für mich nicht weil die sind ja auch teilweise obwohl die sind eigentlich nicht so teuer ich finde so anime ist finde ich viel teurer ich mich da manchmal frage aus was für ein grund weil es sind ja nicht auch nicht wirklich alle sehr gut synchronisiert da gibt es ja auch echt wenige von wenn ich dann da überlege dass ich zehn euro für eine folge zahlen muss ne weiß ich nicht die sind echt teuer das lustige ich habe jetzt überlegt der habt ob ich mir so wegen kindheitserinnerungen und so ob ich mir jetzt selamon hole und mal früher als kind hatte man das ja nicht so das geld dafür oh gott ich komme erst mal zu dir es dauert immer so lange bis ich mein schwert ausgerüstet habe weil ich das halt immer mit tastatur noch und so jetzt habe ich ich habe es auch so jetzt bin ich da kaum rede ich von selamon kommen sagen gekrochen na so ein trainer weil auch was hast du mal geguckt wie teuer selamon ist ja ja die haben das ja jetzt irgendwie neu irgendwie haben sie die serie jetzt neu aufgemacht irgendwie jetzt gibt es halt selamon crystal auch so mit einem ganz anderen zeichenstil und so wo ich jetzt wo ich jetzt selber so sage so naja auf jeden jahr kostet jetzt sieben folgen 50 euro sollte man was sagen ich habe von selamon den alten und von selamon crystal alle dvd ich habe auch unterbaut so zirka 700 euro außer für jeden dafür ja die ja die alten sind ja teurer ne ich glaube die kosten 70 euro pro staffel ich weiß nicht ich habe immer eine box halt sind ja box eins bis sieben oder acht glaube ich so eine box genau deswegen und eine hat glaub ich ja also es war unterschiedlich ich glaube box 1 war teurer als box 2 und so weiter aber so roundabout war schon 600 700 euro ja aber ich weiß nicht irgendwie hat man so es hört sich jetzt vielleicht für andere blöd an aber ich finde da lohnt es sich ich weiß nicht ich meine es ist ja die zeiten sind ja vorbei wo das alles auf rtl 2 lief ne bei rtl 2 now glaube ich war das da lief es sogar noch oder ich weiß gar nicht irgendein sender war der hat im selamon die alten folgen einmal ausgestrahlt und danach selamon crystal also ich bin auf kristall nur aufmerksam geworden durch animax oder war das animax ja aber animax gibt es ja jetzt nicht mehr für also ich habe hier zum beispiel ich habe unity media habe ich auch und ja und das ist ja jetzt rausgenommen worden animax gibt es auch nicht mehr wenn du sky hast gibt es das auch nicht mehr ich glaube die wollen das jetzt irgendwie dass du jetzt ein alleiniges abo hast auf das auf den kanal keine ahnung aber gut ich habe bei unity media habe ich alle also diese kinder sender habe ich in begriffen hier unseren steht ich glaube da habe ich aber noch animax drin also viel ich weiß gar nicht ist mir gar nicht so aufgefallen da hat der alle selamonstoffe das glaube ich ja wohl nicht ja ich finde es ja jetzt lustig eigentlich dass die stimme von lisa simpson ist ja jetzt die synchron stimme von selamon oh mein gott du wirst mich töten wieso ich habe gerade auf dem falschen knopf gedrückt was denn ach du scheiße oh mein gott oh mein gott oh nein oh mein gott scheiße ja shit happened oh bitte töte mich nicht ne oh mein gott ich holte die auch aus dem wasser ja ich weiß nicht kriegst du die überhaupt da raus ich habe keine ahnung ich versuche es ich glaube nämlich nicht ne ich schaff das oh gott scheiße das tut mir so leid das ist ja lustig ja gut dann bauen wir erstmal hier her ich habe einen super oh scheiße du bist jetzt oh mein gott du spielst nie wieder mit mir ach alles gut dann bauen wir erst den den turm hier fertig und dann machen wir da weiter das ist ja nicht schlimm das kriegen wir auch nochmal hin hier brauchen wir wenigstens nicht so viele oh mein gott ich krieg diesen scheiß baumstamm nicht mehr ja ist ja egal um gottes willen wir haben ja draußen noch so viele wir haben hier echt einen guten guten platz hier wo wir echt so viel holz uns sammeln können also das kann sich gehen schildi 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 oh mein gott ja passiert aber weißt du was das komische ist es sind nur eins zwei drei vier ja ja fünf die geben nicht alles zurück sondern nur so ein paar so ne oh mein gott mein gott passiert das kriegen wir auch nochmal so hin so ich nehme mal wieder den leeren Schlitten mit hier so ein bisschen Holz haben wir hier noch ich habe einen wieder an Land gebracht ich gehe den nächsten holen ja wenn sie raus kriegst klar oh ich habe jetzt so ein schlechtes Gewissen ich weiß das gar nicht mir wurde kein A angezeigt also ich ich mache ja mit Controller und mir wurde das A nicht angezeigt irgendwie mir wurde irgendwie das Y nur angezeigt also das X meine ich und ich habe mir gedacht ja gut drückst du mal und dann oh ne ich denke scheiße das ist jetzt nicht passiert oder ja passiert ich wäre gerade gerne so im Erdboden verschwunden ne ach am liebsten hätte ich so getan so uch wo ist es denn hin was ist denn hier passiert ja Problem war nur ich war unmittelbar in der Nähe bauen wir halt erstmal unseren Turm fertig da dann haben wir schon mal einen Aussichtspunkt so ich muss jetzt gleich noch einen holen ja ich habe schon wieder einen voll gemacht hier draußen und den bringe ich jetzt erstmal rein wir dürfen jetzt nicht mehr von Celamund quatschen das macht mich ganz wiersch ja hinter dir kommt eine gerannt jetzt haut sie wieder ab ja so ich habe noch einen ach so scheiße ey bin ich dumm ach ist ja nicht schlimm ich muss erstmal was auf den Grill legen hier haust du was für mich mit drauf ja ich mache erstmal ein bisschen Flamme hier gleich mal ein großes Stück raushauen was haben wir denn da ach so das sind die kleinen Stücke ja so zack 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 ich glaube fünf Fleischstücke habe ich jetzt drauf aber das sind die kleinen also ich glaube da brauchst du zwei Stück um satt zu sein ja ja so einen habe ich noch doch noch einer nein wir sind es ein paar gerettet ach ne sind doch noch zwei sind doch noch zwei drei sind es noch oh mein Gott ey ich glaube da muss ich auch erstmal was essen weil ich habe Angst dass ich gleich ersaufe ja ja ich habe was drauf also kannst du ist schon fertig kannst du was nehmen mein Gott ey was wollen die denn jetzt hier noch haut mal ab hier hier Vögelköpfe hast du schon wieder Besuch? ja ja mein Gott ich muss jetzt erst mal was essen ich stirb kommst du klar? ähm ja ja ich komme klar gut weil ich würde jetzt nämlich ich hätte jetzt nämlich noch schnell was gegessen und dann drei noch so ich habe die erstmal ausgesperrt die Schweinehunde aber du kommst klar oder soll ich ja ja ne ne mach du mal alles gut so alle drei tot ne er lebt noch gut die nehme ich mal mit hier rein und dann willst du sie wieder auf den Grill legen? jo ein paar Knochen uns holen bisschen wieder ausrüsten so dann repariere ich mal erstmal schnell die Tür hm oh Mann ich kriege Husten das ist ja schlimm die Tür ist wieder repariert jetzt hole ich mir erstmal mein Holz wieder Spinnenwolf juhu juhu das letzte juhu ich habe es auf jeden Fall wieder so einigermaßen gut gemacht ja alles gut oh ja 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 so dann hauen wir die Typen mal hier auf dem Feuer obwohl ich zugeben muss dass ich jetzt gerade gerne deinen Blick gesehen hätte ja das geht gar nicht doch ist ja nicht schlimm so haben wir nochmal die Möglichkeit genauer zu bauen fackel ich die mal hier alle abschnell die ist kalt und du bist nass müssen wir hier bei dem turm nicht noch eine treppe bauen da kommt ein seil nachher ran da gehst du dann mit seil im prinzip hoch ich gucke jetzt auch immer vorher ob ich auch wirklich so wie viel brauchen wir noch nach genau 40 ok hier liegen noch welche die habe ich aus dem wasser geholt ach so ja siehst du super ich hole die mal hier aus dem vorratsding noch mit raus ja dann haben wir auch noch welche aber ich muss mich mal ans feuer setzen ja ich muss mal einmal duschen gehen glaube ich ich bin nämlich voller blut so jetzt kann ich so anmachen ich konnte es gerade wieder nicht anmachen mir wird auch nicht angezeigt jetzt ein bisschen höher machen die flamme hier so das gemütlich hier ja ne so ach hörst du sie draußen sind sie schon wieder am feiern ey ja ich höre gar nicht können nur knistern hier vom vom lagerfeuer so speichern und schlafen gehen ja jo machen wir vor dir uns nur auffressen ja ein neuer tag oh hier sind knochen da vorne sind auch noch knochen kannst du hingehen und holen uch roller bei mir war schrocken ey wie viele knochen habe ich denn 1 2 3 4 5 6 ja was ist das denn jetzt auf einmal für ein wetter ey regen ich weiß dass das regen ist ich meinte die ganze zeit es ist nur am rechnen ja oh du machst ja jetzt geil ey kannst du eigentlich jetzt also kannst du jetzt eigentlich wasser sehen oder hast du immer noch diesen pack also hier sehe ich das wasser also hier ne so das sehe ich aber da hinten habe ich das nicht gesehen ich weiß nicht ich gucke gleich mal und die pflanzen die sind immer irgendwie weggegangen diese kleinen sträucher mal gucken also die sträucher gehen immer noch weg ja zack zack merkwürdig gucken ob ich das wasser sehe nö dort ist es immer noch so leer ich kann bis auf den boden gucken merkwürdig naja irgendein grafikfehler oder so ja vielleicht ein kleiner back oder so naja das stört ja jetzt nicht so groß naja wasser wird überbewertet ja zack oder haben wir mal ganz schön abgeholzt hier ne mhm Mensch Mensch aber wir sind jetzt 15 also als wir gestorben sind stand da dass wir 15 tage überlebt haben ja und trotzdem haben aber noch keine bäume zurück oder so ja ich weiß nicht sind wir da vorne auch gestorben ja ich glaube ne dann zählt das ja wieder da hinten laufen schon wieder drei stück ja ich sehe sie ich hole mal meinen katana raus die sind aber weiter gelaufen ne ja oh mein gott halt hier ist holz hier ist holz jaja dann hole ich mal meine axt wieder irgendwie verschwinden die bäume bei mir auch merkwürdig also bei mir ist alles voll da ja jetzt wo du den baum schlagen tust sehe ich ihn aber ansonsten verschwindet er ja ja wer weiß ach du bist hier bei mir ich dachte schon ich höre schon wieder jemanden rumlaufen ja ja ich bin hier ich hab mal eins mit ihr holen ja ich glaube der ist voll ne ja der ist voll wo ist denn der zweite da hinten dann hole ich den mal na jetzt scheiße ich kriege gerade so hoch ich bin gerade eben einfach weggerannt und jetzt komme ich mit der katana hinterher weil ich muss ich sei mit dem irgendwie das mit dem controller funktioniert das nicht so ganz mit dem aussuchen da so ich bin hier wie erschreiend tut er noch jemanden ne ne ja da hinten laufen wieder ganz viele aber die sind sehr weit weg ok ok gut solange die weit weg sind ach doch ich hab ein tab wie heißt das Tablett Tablett genau hab ich hab ich gerade gesehen jo sehr schön heiho 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 das hab ich mir auch gerade so gedacht wer meckert denn hier schon wieder rum da hat schon einer geknurrt ne hm ich glaub wir haben oh 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 moment hm 3 mann also ich mein nicht moment du musst nicht auf mich warten aber ich komm mit auf ich komm mit auf ja nicht weg laufen hier hallo läuft sie weg hm hm hab die mal stören müssen ja mal so fröhlich am hacken ne echt mal ey man 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 oh hol ich den auch mal her hier noch oh 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 was der wagen ist umgekippt ich fasse der nicht hm das ist ja ein Ding manchmal hab ich das Gefühl wir hauen die irgendwie sitzen die ganze Zeit auf diesen Bäumen und jedes Mal hauen wir die da so runter ja ja die können auch auf den Bäumen sitzen ich weiß nur nicht mehr welche da da waren aber ich glaub das waren diese Blauköppe da obwohl diese komische Frau war ja auch auf dem Baum vorhängt Baum fällt zack na den da den kann ich ja nicht weil da ja eine Falle dranhängt ja genau ja oh wir haben schon mehr besucht mein Gott was will sie denn jetzt hier nur eine ja ja das ist die die vorhin weggelaufen ist ja oh ihre Beine siehst du das auch ihre Beine ja alte warum hm 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 komisches Gefühl, ey. Ich fühle mich total beobachtet in letzter Zeit. Ich weiß nicht, ey. Als wenn die hier alle jetzt drumherum so, weißt du? Ja. Überall höre ich irgendwas flüstern und was schreien und so und... Oh mein Gott. Die Vögel gehen mir hier voll auf den Nerven. Du hörst gar nichts, ne? Nö, ich hab da jetzt nichts gehört. Sei froh, ey. Das hört sich an. Als wenn hinter dir so ein paar Weiber stehen, die lästern oder so. Hört sich das gerade an, ey. Eigenartig. Nö, nö. Eio, wei. So, die beiden anderen Baumschritten sind auch schon fertig wieder. Ja, sehr schön. Ich bring den Tritten jetzt auch wieder raus. Oh, die Reihe kann ich noch machen. Na. Mein Gott, hier ist doch irgendjemand. Hier ist jemand. Du standst da gerade schon wieder mit der Katana so. Wo? Wo? Ja, der muss ja gucken, ne? Ich hab auch irgendwie... Ich muss auch die ganze Zeit immer gucken, ob das jetzt deine... Ob ich jetzt dich höre mit deinem Fuß. Wie du läufst oder ob die das sind. Wer weiß, wer weiß. Was hat er jetzt hier so komisch? Oh. Ja, kleiner. Gott. Hat der mich angeschrien, ey. Ja. Jetzt gibt's Gulasch. Ey, ohne Scheiß. Ich glaub, ich... Ich glaube, ich stell hier jetzt gleich so ein Dingens auf. Ey, ich hab die Schnauze voll. Andauernd wirst du hier nur gestört. Immer und immer wieder. Ehrlich. Langsam nervt's. So. Dankeschön. Kopf ist ab. So. Mein Gott, nervt das, ey. Ich stell jetzt genau hier eins hin. So. Ja, mach mal. Oh. Ist ja schlimm. Ich fahr in der Zeit den Wagen schon mal weg hier. Den Schlitten. Nehmen wir denn Armtotem, kleines Totem, großes Totem. Hm. Ja, weiß nicht. Ich nehm erstmal hier so ein Groß... Boah, ich nehm großes Totem. Definitiv. Nehm ich großes Totem. Das stell ich jetzt genau hier hin. Und will mich, nervt jetzt noch einer. Ach, da ist er. Da ist schon wieder einer. Ich glaube jetzt wohl nicht. Komm her, du. Komm her. Ich hab die Schnauze voll. Kommt der trotzdem? Du kannst ruhig schreien. Ist mir scheißegal. Ich hab die Schnauze voll. Ihr nervt mich einfach nur noch, ey. So, jetzt lass mich hier meinen Totem bauen. Da kommt noch mehr. Da kommt noch mehr. Da kommt noch mehr. Da kommt noch mehr. Äh, boah. Fünf Stück. Ähm, ja. Einer sollte mal... Ren du mal eben. Speichern mal ab. Ja, ich geh mal runter. Ich geh mal schnell abspeichern. Fünf Stück auf jeden Fall auf uns zu. Und ich glaub, das sind blaue. Okay. So. Zack. So, gespeichert ist. Super. Ja, dann wollen wir mal gucken. Auf, auf in den Kampf. Aber wir müssen unbedingt Rüstung mal sammeln hier irgendwie. Dafür brauchen wir Lurch, ne? Ja, entweder Lurch oder Knochen halt. Knochen, genau. Mhm. Guck mal, ich hab hier schon was. Wo ist die andere Leiche? Ich muss die eben kaputt machen. Ja. Der ist weg. Ach nee, da ist er. Hallo. Boah, hier liegen ja auch ein paar rum. Da ist ein Kopf. Könnten wir ja. Ich verbrenne noch ein paar hier. Dann haben wir schon wieder wie ein paar Knochen. Komm, ich will dein Bein mähen. Jetzt mach ich kein Theater. Da nehm ich halt den Arm und dann trage ich dich halt weg. Um ich den Rest kaputt machen kann von dir. So. So. Läufst du so schnell? Ich lauf grad schnell. Ja, gut. War grad. So. Haben wir noch ein paar Leichen? Ja, die verbrennen gerade hier. Brauchst du noch irgendwas? Hm, ne, ich wollte den, schmeiß ich da eben noch mit drauf. So, den nehm ich mal direkt mit hier wieder. Ich brauch noch neun Köpfe und... Nein. Alter, war da echt, ja? Ja. Ich hab die Schnauze voll, ehrlich ey. Jetzt gibt's Krieg. Oh. Andauernd wird sie gestört. Ich bin mal gespannt, ob das was bringt. Hast du noch nie ausprobiert? Nee, mit den Toten noch nicht. Da ist schon wieder einer. Was ist das? Ich kann meine Katana nicht schnell genug ausrüsten gerade. Komm mal. Eine. Oh Gott, mehrere. Du hörst sie? Ja. Sie hat angegriffen? Oh, oh Gott, ich muss weg. Oh, schnell die Katana. So, haben wir schon mal einen Kopf hier. Den kannst du ja schon mal zackstümmeln. Wieso steht denn der wieder auf? Das ist ja ein Ding. Wo ist denn jetzt der Kopf hingerollt? Das weiß ich nicht. Ach, lass den Stein liegen. Also, es knorrt mir hier hoch. Jetzt hab ich den Namen. Ich will das nicht tragen. Ach, da ist der. Nee, das ist ein Stein gewesen. Ich glaub, der Kopf ist weggebrüllt. Egal. Also, Knochen hab ich genug. Und davon, wie kann ich denn davon dann Rüstungen bauen? Ähm, sechs Knochen und dreimal Stoff. Oh, dann muss ich mal gucken gleich. Ja, ich mach auch gerade. Damit ich mich hier einmal komplett auffristen kann. Oh, ich bin voll mit Armen und Beinen. Nee, hä? Wieso kann ich die denn nicht aufheben? Hast du schon Knochen? Zu viele Knochen dann vielleicht? Nein. Arme und Beine? Kann ich nicht nehmen. Ach so, dann hast du zu viel Fleisch. Oh. Und jetzt erst das Fleisch auf. Oh. Das zählt zum Fleisch? Ja, ich glaub ja. Ach. Dann bring ich mal ein bisschen Fleisch weg. So, ich nehm mal hier die letzte Tore Holz mit. Hä? Muss ich aber mal gucken hier. Nee, ich hab zwei Beine. Ach, weil ich die Beine habe, kann ich dann wahrscheinlich Dingens nicht aufheben. Das kann auch sein. Ich weiß nicht genau. Hm. Brauchen wir gar nichts mehr? Doch. Na gut, ich häng die da mal auf. Die Beine. Hm. Was ist denn hier mein Totem da? Ach, wir brauchen noch Hände. Beine haben wir genug. Wir brauchen jetzt Hände. Wir brauchen noch... Hände? Ja, Arme. Wir brauchen noch fünf Arme und, ähm, sieben Köpfe. Okay. Ja, warum nicht? Und? So, zwei Arme hab ich hier schon mal. Kopf hab ich auch. Arm hab ich auch. Super. So. Die Leiche nehm ich mit. Runter zum Feuer. Du bist am Schwimmen? Ja, ja. Ich baue gerade unser, ähm, Hausboot hier. Entschuldigung. Ich baue gerade unser Hausboot. Ach, jetzt brauchen wir diese kleinen. Ja, genau. Stöcker. Boah, 60 Stück. Ja, gut, da hinten liegen ja viele davon. So, wie kann man sich jetzt da eine Rüstung bauen? Mal gucken. Kombinierstoff. Also, sechsmal. Ja. 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 So, ich hab was. Okay. Ich hab was gebaut. Knochenrüstung. Eins erhöht. Ja, genau. Und die kann ich jetzt auch nochmal kombinieren? Nee, die musst jetzt anziehen. Okay. Das ist ja wenig. Naja, das ist immer pro Stück ist das sehr wenig. Finde ich auch. So. Und wieder noch ein Stückchen Stoff. Okay, ich denke mal, das wird erstmal so reichen. Hoffe ich mal. Dip, dip, dip. Oh, nee. Was soll das denn? Die wollte ich ja gar nicht dabei haben. Ach, jetzt reicht es nicht mehr. Schade. Ja. Ich hab Rüstung an. Ja? Jo. Ja, ja. Das ist gut. Das ist gut. Dann bist du nicht so schnell tot. Ja. Na. Jetzt. Na. Halt. Da war es doch. So. Gut. Wie viel brauchen wir hier noch? 49. Okay. Oh mein Gott. Wie geil siehst du denn aus? Bleib mal bitte stehen. Oh mein Gott, wie geil. Wie geil ist das denn die Maske? Wie hast du die denn hingekriegt? Ich hab keine Ahnung. Hast du da so einen Totenschädel mit beigepackt? Nö, eigentlich nur die Rüstung. Hab ich denn auch so einen an? Nö, du hast nur so einen, ja, so einen Torsoschutz und eine Arme. Oh, krass. Krass, krass. Krass, krass. So. Ich hab mal eben zugemacht. Achso, ja, Tor war noch offen, ne? Stimmt. Gut. Dann können wir, können wir schlafen gehen. So, Gesundheit ist wieder aufgefüllt. Ach, du hast ja auch noch eben, da haben wir jetzt auch noch mal eben voll, so. Gut, so. Speichern und schlafen. Genau. Eigentlich wär's sinniger, wenn wir jetzt nach dem Schlafen nochmal speichern. Ja, das mach ich jetzt auch nochmal. So, hab ich. Ich hab auch gespeichert. Gut, das war's für mich. Gut, dann mach ich mal aus. Boah.